Norddeutscher Rundfunk 2021 Wo ist da das kleine Schweinchen? Wo ist das kleine Schweinchen? Freitag, Walter, Freitag meldet sich zur Stelle! Wir haben keine Einheit verloren. Und bitte gehorsam, mich Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Jetzt erst mal Achtung! Und zwar Dalli! Lass! Bitte, mich Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Halt! Das ist Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Wir kennen uns so. Der Hauptmann soll Bericht erstatten. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Der innere Lagerbereich untersteht der Justizbehörde. Dann muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen. Endlich passiert was. Alles aufstellen! Drei Gruppen zu 30? Na dann halten wir uns besser ran. Bleibt gerade Herold antreten! Hier sind wir durch. Die Lager ist immer das, was man draus macht. Bin ich wahr, Herr Hauptmann? Ja, das bin ich. Der Hauptmann. 8. Einenart zum Beispiel. EINAU 07. 08. 08. 08. 08. Vielen Dank.